Hallo zu Ulrich, aus dem 40ern, Willkommen zu einer brandweiten Folge von Minecraft WoF, hier, Minecraft WoF, die MoF, mit dem Julian, hello, hello, mit der Ronja, hallo, und mit dem Tops, der schon wieder, oh, Tops, du bist gerade rückwärts hier im Stuhl drin, was machst du? Nein, Tops, nein, Tops, das ist, nein, aber du hast gesagt, man muss sich auf den Stuhl setzen, das ist doch richtig, guck mal hier, nein, jetzt habe ich früher eine Stuhl gemacht, genauso wie du, das sieht sehr ungesund aus, Leute, heute mal wieder hier auf dem, äh, Wald, hier, ich würde sagen, Minecraft WoF, auf Minecraft WoF, let's go, Genau, die Map war die einzige, die wir, ey, das ist so, oh, ich bin ein Schaf, meh, was seid ihr so? Hä, Schafe machen doch auch so, siehst du mich veräufernd? Tester, 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 komm, testen, ich bin jetzt zum Tester, ich okkupiere das jetzt, ich bin kein Wolf, aber ich sage, wir machen ein Statement gegen den Tester, der Tester blüben, doch, Nein, das wird Wolf sagen, ich mache eine demokratische Abstimmung, wer ist auch gegen den Tester, ich bin Nummer 1, ah, Tops ist auch gegen den Tester, ey, die Box ist schon leer, Tops, könnte es sein, warum bist du gegen den Tester, Tops? Ich werde mich voll luden, bevor derjenige, der wölft, der sich jetzt die ganze Zeit, ich hab meinen Geheimgang, Leute, ey, wirklich? Hier ist so ein Thron, ey, meinst du den im, äh, im, äh, Berg drin? Ja, ja. Den kenn ich, den kenn ich. Ich hab mir noch nichts leisten, oh, hier ist Julian. Apo, irgendwie ist alles hier leer. Julian, warst du schon bei der Eisenkiste, die da ist, oder kann ich die noch nehmen? Wo ist die Eisenkiste? Okay, Apo, ich weiß nicht, wie es so vorkommt. So, jetzt, von unten bin ich leider gefallen. Ey, Leute, kann es sein, dass die Möp hier aber keine Vorkennschwerte? Hallo, Julian, Julian greift mich an, Julian. Hell yeah, Jackpot. Oh Gott. Lass mal, lass mal treffen. Ich bin bei der geheimen Eisenkiste. Ich kann jetzt weiter looten. Loot, loot, loot. Nein, hier ist nix. Gold, hab ich das? Easy, easy. Warum sind alle Kisten leer? Okay. Dann war schon mal jemand da. Wahrscheinlich. Ey, warte mal, hier war das irgendwo? Okay, was ist das? So ein Rindier. Ey, hier ist irgendwie jemand hier, 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 hier. Ah, ah, Luronia ist da. Ey, ich hab jetzt eine Möp. Das ist meine Kiste. Es ist eine Rüste. Los, Harry. Ey, Leute. Tops, du hast Fallschaden genommen. Ich hab's genau gesehen. Du bist schwach. Wir haben ein Update hier, Wolf. Das jetzt Rüste, meine Ups fort unsichtbar sind. Äh, und das ist meine Eisenkiste. Oh nein, du hast sie schon. Im Shop einiges Neues. Wir haben so angeschlichen. Ey, okay, komm. Wir sind im Fluss. Wir sind im Fluss. Wir sind im Fluss. Wir haben Spiel und Spaß und Wasser. Julian hat nen Dia schwer. Julian hat Tops gehauen. Was? Okay, nachdem ich letztens davon ausgegangen bin, dass Julian der Wolf ist, nachdem er Tops gehauen hat, scheint. Scheinbar macht das Julian öfter, ha? Äh, ja. Okay. Gut zu wissen. Flo hat mich... Flo! Hör auf! Alles klar, Flo. Ich brauch noch drei Gold, dann hab ich ein gutes... Ich hab Tops im Game geklaut. Ich brauch noch drei Gold. Drei Gold. Ist alles auf der ewigen Mission. Äh, Schlagstopp, genau, Schlagstopp. Floßhaare?! Äh, äh, ey, Leute, ich hab Floßhaare gefunden. Zeig mal, was denn? Zeig mal. Aua! Hier ist Floßhaare! Schlagstopp ist ja nicht so gut. Geschenk könnt ihr mir halt. Ey, hier ist nix! Tops, sie baut doch keiner rein, die Folge! Ja, keine Ahnung. Ja, manchmal gibt's auch leere Kisten. Ne, 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 ne. Ich glaube, wir haben hier einen Geist drin, oder? Oh. Der Schub wieder! Meine Kisten kriegen einfach Holzschwärze. Ey, das Holzschwärze, ich krieg gar nichts. Ich krieg Emerald und Gold. Ja, oh, tschuldige. Ich krieg Emerald und Gold. Da kannst du dir ja nicht ein Weapon-Case verkaufen. Da waren die eben aber schon. Hier ist das. Ich suchte drei Gold. Kann es sein, dass die Map einfach nicht genug Kisten hat? Ich weiß es nicht. Ich hab alle Kisten geöffnet, die voll waren. Alles andere war leer. Es heißt, dass ihr die ganze Welt geplündet habt. Wir sind Plünderer, wir sind Piraten. Oh, ich bin doofs. Warte mal, ich hab ein Geheimdruck, oder? Okay, ich habe... Ja! Okay, nachdem ihr letztens alle gepürbelt habt, nachdem ich den Wolfssucher gekauft habe, komme ich jetzt lieber an Lebensräter. Ey, sei froh, dass du einen Wolfssucher kaufen kannst mit Geld. Ich krieg nämlich nicht mal auch Gold oder irgendwas. Ich hab aber richtig viel Gold. Ich hol jetzt keinen Wolfssucher. Hab ich nicht nötig. Ey! Ja, wahrscheinlich, weil du der Wolf bist. Nee, ich bin nicht der Wolf. Oh. Ronja, sag ganz tief und klar, ich bin nicht der Wolf. Ich bin nicht der Wolf. Oh, das ist absolut eine andere Stimme gesagt. Dann bin ich raus und du lügst. Ronja ist der Wolf. Du hast gesagt tief und klar. Ich hab ein Schwert. Das war so tief wie ich komme. Hä? Okay. Ja, Flo weiß nicht mehr, was er sagt. Ich hab eine neue Kiste gefunden. Hier ist eine Kiste versteckt im Baum. Das ist so ein Tilter. Ja, ey, wirklich. Alles... Alles ist voller Holzschwerter. Was war das grad? Das war ein wütendes Rommel. Das war ein wütendes Grrr. Was rett ihr? Was rett ihr? Gott. Julian hat's viel zu spät gesagt. Julian, ich glaub dir kein Wort Julian, ist sowas von safe, der Wolf Ich bin immer noch voll blind Warte, drei Sekunden Zwei, eins und jetzt ist aus Warte, warte, warum hast du das getimt? Eisen, wenn du E drückst, siehst du das Den Effekt, wie lange noch geht Ich hab jetzt endlich meine Eisenkiste gefunden Mit richtigen Waffen Okay, warte, der Wolf wird nicht blind, oder? Das heißt, Flo ist nicht der Wolf Was? Ich bin blind geworden Ja, eben, aber Der Wolf ist wirklich nicht blind, ey, es kann aber sein Der Wolf ist nicht blind Sind doch alle blind geworden, alle unsichtbar Aber normalerweise, wir hatten Blindness ja schonmal und da wurden Nur die Leute blind, die nicht der Wolf waren Hat jemand von euch, sorry, dass ich Unterbreche, aber hat jemand von euch ein Rubin? Finally Nein, nein, der Wolf garantiert nicht helfen Kann der Wolf nicht sein, wenn er auch blind ist Kommt mal alle zum Tester Ja, stimmt, kommt zum Tester Leute, wir haben Ja Ah Randomizer Juli Ich hab eine Lauf-TD Ich hab eine Lauf-TD Hey, wie kannst du eine Lauf-TD haben? Achso, Loll, aber nicht nehmen, Juli, weil das ist doch bestimmt wieder vergiftet Okay, okay Äh... Juli ist beim Test ab Juli, geht es mal nicht? Juli, geht es mal nicht? Wo kriegt denn, wie viel kostet denn der Randomizer? Wo ist denn der? Nur noch eine Minute, wie auch immer der Wolf ist, ist schwach Juli, wird das selbeschwert? Okay, ich hab alles Wolf, ich fordere dich heraus zu einem offenen One-on-one in der Mitte Tops, ist Tops, ist Tops, ist Tops Nein, ich bin's nicht Ich bin's nicht Tops, ich weiß, dass du es bist Ich fordere dich heraus zu einem offenen One-on-one in der Mitte Ich habe ihn gekillt, aber ich werde ihn töten. Warte, warum sehe ich deine Rüstung, Flo? Ich dachte, die ist unsichtbar. Nee, nur normale Rüstung. Mein Arakon siehst du, glaube ich. Oh, Toops ist sich geenterperlt, aber Toops, du hast nur noch eine Minute, dass du verlierst, dass du hier als Wolf. Wo ist er hin? Tobias? Tobias ist verschwunden. Es war Toops. Sorry, Jürgen, dass ich verdächtig habe. Rein, hier bist du. Ich bin... Ey! Okay, diesmal merken... Keine Barrier. Hast du nicht gesagt, diesmal ohne irgendwas? Ohne was? Ich weiß nicht, aber am Anfang meintest du ohne Crash ist ohne irgendwas. Das haben wir jetzt nicht gecrasht, Ronja, okay? Julian, schläg mich! Julian, schläg mich! Ja, gut, das ist... Julian, schläg mich! Julian, hör auf! Hör auf, Julian! Toops, ich helfe dir. Ich habe... Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen. Ich bin der Kämpfer der Gerechtigkeit. Ronja, ich vertraue dir. Ronja, komm her. Wieso vertraust du mir? Ich habe gerade deinen Bruder getötet. Warte mal, wer hat den Tlingel gekillt? Ich habe Julian gekillt, weil Julian auf Toops eingeprügelt hatte. Ja. Aber ich... War der Wolf? Nein, er war nicht der Wolf, er ist jetzt tot. Nein, der Julian war es nicht. Aber ich bin sauer nicht. Ich bin sauer... Okay, wenn ich der Wolf wäre, warum würde ich dann sagen? Okay, was heißt, es muss Toops sein, bist du? Alter, ich werde jetzt wahrscheinlich erst nächste Folge wieder Wolf werden. Okay. Was ist es nämlich? Ich überlege gerade, war ich eigentlich schon auf der Map Wolf, außer jetzt gerade eben? Außer in der ersten Runde hier? Ich habe Rubies. Nice. Ich finde nie Rubies auf der Map. Ich habe 14 Rubies. Die findest du nur in Eisentests. Ah, okay. Okay, hier ist ein Eisentests. 14 Rubies. 14? 14 Rubies. Alles klar, Hackerman. Was kann man sich denn im Wolf-Shop von 14 Rubies so schönes kaufen, Tops? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Wolf. Aber... Tobias? Ja, was ist denn los? Ich kaufe mir schon mal was hier. Argon Rüstung für 30 oder Lebensreiter. Ich kann Julian wiederbeleben. Oh, meins. Mach das, mach das. Feines Lebens. Aber ich habe nicht genug Gold. Habt ihr Gold? Was, ich habe Gold? Ich als Zeichen, dass ich kein Wolf bin, gäbe ich dir Gold, dann kannst du Julian wiederbeleben. Ey, eigentlich ist der Wiederbelebungsrank ein Safe-Tester, dass man kein Wolf ist, gell? Ja, also warum sollte ich Julian wiederbeleben? Äh, wieso ist das ein Safe-Tester? Der Wolf kann sich das Ding auch kaufen, oder? Ja. Kann man nur einkaufen pro Gang? Hä, wirklich? Ja, der Wolf kann sich das auch kaufen, Flo. Äh, Leute, kann man nur einkaufen pro Gang? Ich weiß ja nicht, ich bin ja nicht der Wolf. Ja, aber das hat doch mit dem Wiederbelebungsrank nichts zu tun. Hä? Also man kann den Wiederbelebungsrank, kann man trotzdem kaufen, auch wenn man ein Wolf ist. Ey, selbst wenn ich Wolf wäre, würde ich den Wiederbelebungsrank kaufen, wenn Julian mein Bruder ist, okay? Ich weiß ja nicht, was ihr von Julian hält, aber ich werde Julian wiederbeleben. Wir müssen zusammenhalten. Wer jetzt? Du und Julian, du und der Wolf. Ich und der Wolf? Julian ist Wolf genau, du hast recht. Der Wiederbelebungsrank und du? Wer ist das hier? Ihr habt jetzt Gold? Ich hab Gold, wo bist denn du? Ich habe Gold. Äh, ich bin grad in diesem Brunnen drin. Ich weiß nicht, wo der Brunnen ist. Ja, ich hab noch mehr Rubies. Also ich habe viel, viel Gold. Gib mir Rubie. Au! Äh, gib mir Rubie. Und, äh, ich fängelauf hier um Stack, Rubine. Warte mal. Ein Stack? Bist du crazy? Ein Stack und ein Halb, aber ich hab nur ein Steinschwert. Hä? Okay. Sag, wo bist du du jetzt? Ich, okay, pass auf. Ich seh dich, Flo. Komm mal her, komm mal her. Du bist, ich bin hier, hier, bei der Brücke in der Nähe. Ich wollte einfach stehen. Genau. Oh, dann. Hier, bleib einfach stehen. Bleib doch einfach stehen. Flo, ich lauf dir grad hinterher. Du Idiot. Hier. Äh, der Wolfs-Tester, nur mal kurz gesagt. Hast du genug? Tod. Wirklich? Ich hab nicht gekauft. Ich schwöre auf meine Augen. Nein, 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 nein. Das ging doch letzte Folge schon nicht. Hallo. Wirklich? Da ist er für nichts aufgeploppt. Ich glaub, da hat der, äh, wer hat der, äh, Map-Ersteller, hat da was kaputt gemacht. Da hat wahrscheinlich irgendwie... Ja, wer hat der Map-Ersteller, hat, glaub ich, auch was kaputt gemacht bei der, beim Wolfs-Sucher. Ronja ist bei mir, Ronja ist bei mir. Ronja guck mich an. Ja, weil ich Angst hab, dass du's bist. Warte, Flo, hast du jetzt den Lebens-Threader gekauft? Lebens-Threader? Hast du jetzt den Lebens-Threader... Nein, ich hab keinen Lebens-Threader... Ich hab, ich hab auch keinen gekauft. Ich hab dir doch Gold gedroppt. Hä? Nein, hast du nicht, oder? Doch, hab ich. Deswegen bin ich dir hinterhergerannt. Was war, ich dachte, du wolltest doch... Nein. Hast du noch, hast du noch, hast du noch, hast du noch Gold? Hast du noch Gold, Ronja? Ja, wie viel hast du denn? Ich hab, ich hab 30. Ich hab nur 16. 42, hab ich jetzt so. Wir brauchen, okay, warte, 16 reicht, oder? Nee, reicht nicht, wir brauchen noch zwei. Wo zeigst du denn? Ich bin grad hier im Haus drin. 18, warte mal. Gib mir dein Gold. Hier? Zwei brauchen wir noch. Okay, mir fehlen zwei, 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 zwei fehlen noch. Okay, warte, ich überwache dich. Hast du? Okay. Und Trank des Lebens, so, zack, und zack, und zack. Oh mein Gott, überschwör mich, Julian! Komm wieder! Willkommen zurück, wir töten deinen Bruder, Julian. Es tut mir leid, dass ich dich... Es tut mir sehr leid, dass ich dich hier angegriffen hab, aber wir töten jetzt deinen Bruder, Julian. Das ist im Gegens. Hey, warte mal, vor allem, warum mich? Es könnte doch Tops sein, immer noch. Nein, Tops hat doch gerade Julian wieder belebt. Ja, aber der Wolf kann das rochen und meint das dumm vorhin gerade. Das meinte ich aber... Ja, aber der Punkt war, dass ich dir Dings droppen wollte, du es nicht genommen hast. Guck mal, hier, guck mal, da, 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 Jürn, da, für alle... Oh, lol! Ist in Ordnung! Was ist denn? Alter, das war gerade richtig. Jürn, hier, hast du... Jürn, hast du... Ja. Warte mal. Soll ich aus Spaß an der Freude... Ah, nein, gib, 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 Ich hab, ich hab noch ein gutes Schwert, ich hab noch ein gutes Schwert. Okay, gut. Ich hab das lila, ne? Okay, wir gehen jetzt auf Mordmission. Richtig. Gehen wir testen? Wir gehen nicht testen, wir wissen doch, dass wir alle unschuldig sind. Oh, wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wolf testet er wieder nicht wügbar. Wolf testet er wieder nicht wügbar. Hä? Ja, egal, wir wissen ja, dass es Flo ist. Wo ist denn Flo? Was ist denn? Es gibt ein neues Alter. Ist Flo unsichtbar? Ich hör ihn nur. Also, ich hör dieses Bub. Ich hör auch nicht so. Ja, genau. Oh, holy. Das ist irgendeine Laser-Geräusch-Waffe. Warte, 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 warte. Die macht ganz schön viel Schaden. Da, da, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Wo ist er, hier ist er. Das hier ist irgendwo. Hier ist er irgendwo. Ich hab's auch gesehen. Oh, nein, da ist er. Nein. Ah. Komm her, Flo. Komm, komm. Nein. Nein. Bist du? Oh mein Gott. Trailer. Oh mein Gott. Bist du? Wo bist du? Hab ich noch ein Slime-Feld? Ja, ich hab noch eins. Ich hab auch noch eins. Komm her, Julian. Zwei Kill-Colts fällt mir gerade auf. Ähm. Was gibt's denn? Oh mein Gott. Warte mal. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott. Ah. Hey, ich hab schon, ob's noch halten. Komm her. Es ist dran und eine Kuh-Taktik. Oh mein Gott. Oh nein. Oh. Nein. Nein. Oh, schade. Oh mein Gott. Alter. Aber ich muss sagen, ey, da standst du gegen Bibi, irgendwie, du bist ein Geist. Aber alter. Ey, das neue Update mit Unsicherheit Rüstung ist ja mal mega geil. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Der ist der Geist. Zu der Kiste. Weil wir... Der Wolf-Tester ist aktiv. Der Wolf-Tester ist aktiv. Julian, du riechst nach Kacke. Tobias! Tobias. Wir können uns ja auch ein bisschen gewählter ausdrücken. Ja, Kaka. Danke. Weiter finde ich Leder-Boots. Ich hab schon zwei Leder-Helme. Bootstrap. Hey, jetzt boot sich der in dem Dora-Film. Ey, die machen jetzt wirklich einen Dora-Film, gell? Really? Ist das nicht dieser übertriebene Michael Bay-Film? Hä? Kennst du das nicht so? Ich bin, äh, Abenteurer Explorer? Dora the Explorer heißt das. Nein, da gab's noch so einen Fake-Trailer von Dora the Explorer. Ja, ja. Holzschwert-Jackpot. Hallo Tops, leg dich nicht mit mir und meinem Holzschwert an. Hey! Ich habe mein Holzschwert. Okay, alles klar, Kampfansage. Alles klar, ich hab gesagt leg dich nicht mit mir auf mein Holzschwert an. Was hast du getan? Ich hätte dich nicht angelegt. Nein, 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 nein! Ronja, Ronja, Ronja! Ronja, Ronja, Ronja! Ich hab dich nicht getötet! Jetzt schon. Das Holzschwert, das unterschätzt du. Das ist mir bei Jojan auch passiert. Da hab ich gedacht, so ein paar freundschaftliche Schläge auf den Kopf. Aber dann ist man so, ja, okay, man ist voll im Rausch. Das ist... Wann kann ich aufhören? Man denkt sich nichts Böses, gell? Und dann... Schwuppdiwupp! Warte mal, wie komm ich jetzt am technisch geschicktesten an diese Kiste? So nicht, die ist leer. Mist. Ich werde schon wieder stürzen. Ich rieche es. Tobias kann dir nicht antworten, du hast im Land der Toten. Ey, ich werd angegriffen! Florian? Ich hab die nur rüber geschoben. Oh, danke! I appreciate it. Das war meine Intention. Das hab ich mir gedacht. Tobias! Ich bin trotzdem gestürzt. Mist. Ich wende mich nun an das Reich der Toten. Und beschwöre... Tobias! Ich hab den ersten Schöp. Hi, Tops. Hallo! Hoppala! Danke, Ronja. Ich find das sehr schön, wie du mich getötet hast. Danke. Tops, du musst mich jetzt rechen. Hä? Oh, oh. Was war das? War das gerade ein Schwein? Ich hab dich gesehen, du warst bei mir. Du hast nichts gemacht. Ich hab's gesehen. Flo ist unschuldig. Ja, aber ich war doch... Ich kann's auch nicht sein. Hä? Das muss doch Ronja sein. Hä? Okay, was? Ich stand legit hinter dir. Hast du mich nicht gesehen? Aber kann's sein, dass du ja nicht einfach einen Fake-Test... äh... Fake-Test. Das kann auch sein. Dass das irgendwie verkackt hat und dann das zu viel kam. Ich hab bisher sechs Holzschwärze in meiner Leiste. Also, wenn jemand kommen möchte und mich challengen will... Schraft ihr doch ein Super-Holzschwert. Das müsste es wirklich geben. Das ist einfach so ein richtig großes Holzschwert, was so schwer ist, dass es so dein Arm nach hinten schleift und du es nicht richtig tragen kannst. Ey, Hoppies, glaube ich. Ich hab mir früher wirklich Holzschwärter gemacht in real life. Ich auch. Ich hab geschwitzt. Ich war ein großer Schnitzer. Ach so. Ein Schnitzer. Das war ja klasse. Nice. Ja, ich hab ja auch Lederhosen gefunden, die Lederhosen. Ja, mal. So. Hier, mach mal was so. Dann mach mal was so. Dann mach mal das. Eisenrüstung. Tops kauft gerade den Walshob an. Genau. Ich bin Tonja getötet. Hey Flo, hey Tops, leg dich nicht mit meinem Walsh-Schwert an. Geh weg, Tonja. Komm runter, faires 1 gegen 1. Okay, ich glaub, dass es Tops nicht ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hey Tops, kannst du doch nicht sein, Tops, war tot. Warte, dann ist es Flo. Ey, 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 Tops, du tötest mich. Stimmt. Oh mein Gott. Tops, haben wir auf Gottes komplette Gold weggekommen. Stimmt. Du bist der Gold, wenn du gewinnst, schau mal her. Komm mal. Okay, hier ist Julian, hier sind Chops, hier sind alle. Tops, hab ich gesagt. Ich sag, Tops ist der Goldball. Ah, ist klar. Oh, ich hab ein Steinschwert. Leute, legt euch nicht mit meinem Steinschwert an. Ich warte, bis er reinläuft in ihr Schwert. Wenn mich irgendjemand auch nur einmal anhauft. Ich werde vorsichtig. Anhauft. Ich schlag euch. Zurück. Mit Schwung. So ist Ronja in real life, weißt du so. Ronja ist gestört, sie liegt am Boden. Ronja boxt sich erstmal, weil du probierst, ihr aufzuhelfen. Weißt du so. Wo hast du probiert, mir aufzuhelfen? Ja. Ja, besser ist es, ne? Besser ist es. Flo ist hier unten, Flo ist unten beim Dingensens. Da habt ihr eure Lektion gelernt. Flo ist afka, Flo ist afka. Ja. Ich glaub, Flo hat sich was beim Wolfshop geholt. Nein. Oh mein Gott. Oh doch, Sophia lacht auf jeden Fall. Er hat's. Was war auf dem Fall drin? Mach dich drauf, mach dich drauf. Mach dich drauf. Ich bin im Block drin. 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 Oh, Beast Mode. Oh, Beast Mode. Oh. Nicht so Beast Mode. Das sieht man ja auch ständig. Wo bist du mit der ersten Schwester unten? Ja, dann du willst da. Ich glaub, ich weiß, was du meinst und ich glaub, ich bin da auch runtergefallen. So. Äh. Sag mal, Flo tut so, als ob er jetzt tot ist, aber ist er nicht. Das heißt, sobald wir Flo sehen, töten wir ihn. Das ist klar, Julian. Haben wir uns da verstanden. Also wenn beide tot sind. Aber du darfst ja reden. Hä? Nein. Achso. Tops stimmt. Vielleicht hat sich Tops geblieben oder so. Einer von beiden ist wahrscheinlich tot. Der andere ist wahrscheinlich am... Weiß ich nicht, was ich mache. Es ist wie in der Dingswand gestorben. Einer zumindest. Tops hat auch irgendwie gesagt, mach die Tür ab. Achso, ja, genau. Okay, ich sag, Tops ist gestorben und Flo ist der Mörder. Und falls wir Flo sehen, töten wir ihn. Alles klar? Okay. Guter Plan. Äh, ich habe... Okay. Versteig ich irgendwo? Wie geh ich von aus? Ähm... Ich hab bald einen Weapon Case. Ich brauche nur noch 3 Gold. Dann kann ich auch eine richtige Waffe haben. Und nicht nur ein Holzschwert. Ähm... Steinschwert habe ich immerhin. Warte mal. Weiß ich hab ne Heavy... Du hast ne Heavy Duschi? Ich hab grad 13 Rubies and another chest unten. Holy. Das ist insane. Oh Mist. Ich versuche hier grad in den Geheimgang zu gehen. Aber du kriegst nicht ganz hin. Oh. Hoppala. Ich falle. Oh, hier war schon jemand? Na toll. Das ist alles schon gelootet. Das ist enttäuschend. Ich hab... gekämpft. Okay. Au! Au! Nein! 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 Wir passieren das gleiche mit Topps! Topps! Ich weiß genau was passiert. Ich leine mit dir! Nein! Ah... Easy. Ich hab keine Arzt. Geckelz. Sind wir alle in der gleiche Tür? Du bist ein allergrößter Vollidiot, Flo. Der platzt so eine Kiste vor dem Ausgang. Oh, das war Flo, das war Flo. Okay, Flo, wir hassen dich jetzt offiziell. Bis zum nächsten Mal.